true demon vegeto sieht aber schon cool aus er kann sich nicht verwandeln okay oh gott ist so schnell eigentlich kann man wieder ein charakter der cool attacken hat evils barriere das heißt wenn wir uns jetzt angreift so abkommet okay power of the demon total da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt sehr cooler charakter mir sehr gefallen